Wenn du willst. Woah, gib mal her. Ach, das ist die Sniper. Okay, gucken wir mal nach. Wollen wir das jetzt? Die nehm ich. Äh. So. Es ist ein guter Tag. Und den Rest noch verkaufen. Jetzt hab ich noch mal für'n Artefakt drauf. Okay. Der ist in allem schlechter als... Obwohl, ne, der ist er nicht. Erstmal nörgeln, ne? Ich hab'n Artefakt, das macht SMG-Money. Äh, 23% dazu brauchst du nicht, ne? Ne, erstmal nicht. Nein, brauch ich nicht. Hörst du mich? Ja, ja, ich hör dich. Laut und deutlich. So, alles aufgeladen. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Kann man loscannen. Also die nächste Quest hier, ne? Die wurde angezeigt, wie der Talon of God. Nächste Quest oder nächste Story-Quest? Keine Ahnung, eins zu beidem. Dein Freund hat gerade einen Schätzchen-Mobs. Starte einen Tausch, dann duelliere dich um sie. Was machst du das, Ed? Beim Tauschen duelliert man sich. Halt's Maul. Alle Ladies sagen, schneller als bei Scooter geht's bei keinen. Catch him! Nein. Alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst, lieber tucht als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen mich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Ach, war das ist ja Ende, ne? Wir sollen erst als andere leer machen. Ah, das ist das Ende? Ja, stimmt. Das hieß ja auch das letzte Mal, ne? Wir haben die Story-Quest soweit durchgeprügelt. Wir müssen jetzt noch zu Ende bringen. Wir wissen jetzt, wo der Krieger sitzt und so weiter. Wir müssen jetzt nur noch die anderen Quests zu Ende bringen. Wir haben nicht mehr allzu viele. Und wie ich sagen, fangen wir bei Hiob's Boote an. Na? Ja. Ich kann den nicht aktivieren. Die hab ich auch nicht. Ja, ist die auch blockiert. Ja, wegen? Keine Ahnung. Komisch. Ähm, dann... Dann haben wir mal High-Puridon-Mod-Auftrag, ne? Ne. Wilde Kreaturen? Die von... Jetzt müssen wir nur abschließen. Okay, wo? Keine Ahnung. Reiß mal. Nehmen den Ursprungshinweis auf. Müssen wir noch machen. Ah, da. Wo waren die? Ach, da. Nehmen wir an. Mach. Was war denn das? Ich hab mich verklickt. Wo sind wir jetzt hin? Nein, da waren wir eben gerade eben. Julian. Ne, das ist aber hier. Ganz am Ende. Viel Spaß beim Laufen. Machen wir einen Flitzer? Noll. Dann lag einfach Iridium am Boden. Ja, ne? Einfach. So. Geht nicht durch hier. Müssen den Flitzer machen. Dann flitzen wir mal. Flitze, kacke. So am Glück gibt's keine Ausdauer in Borderlands. Ja. Ja, warum muss man sagen, so schnell rennen die auch nicht. Nico, wenn du den ganzen Tag mit den Waffen hier rumrennen müsstest, wirst du auch flitzen, glaube ich. Ja, gut, okay, dann schon. Am meisten drehe dich mal kurz um und guck dir an, was ich gerade traue für eine Waffe. Ja, ne? Das müsste echt schwer werden. Da würde sogar noch gehen einigermaßen. Gute Freunde von uns. Gib dir mal mein Schild und mein Leben. Interesting. Wo bist denn du überhaupt? Neben dir und vor dir. Nico, dreh dich mal um. Mit meiner würde es, glaube ich, sogar gehen. Mit was? Achso, du hast gerade eine Sniper, ne? Ne, ich habe eine SMG. Sniper sind schwer wie Sau. Ach, Digga. Hier, 9. bis 12. Mai ist Weinfest bei mir. Da bei dir in der Nähe? Ja, bei mir in meinem Stadtteil. 9. bis 10. Mai? 9. bis 12. Mai. So. Ähm. Komm schon mal vorbei. Müsste ich gucken. Bisschen deine Sniper-Skills testen am Schießstand? So Leute, Nico ist auch am Schießstand wie in Borderlands unterwegs. Der Fox, das weiß ich gar nicht. Er nimmt das Gewehr in die Hüfte und feuert einfach mal. Du hast mich noch nie am Schießstand gesehen. Ich bin froh drinnen. Deswegen lebe ich auch noch. What the fuck? Ja, das war ziemlich düster. Bitte komm bald möglichst zu mir zurück. Ja, das war ein Audio-Log. Wir hatten mal eine Audio-Log-Reihe angefangen gehabt. Von einem Sicherheitsoffizier, der hier in dieser Gegend die... Alter, was war das bitte? Ich hab's Ding abgeschossen. Der hier in der Gegend diese Megalithen retten wollte, die... Aua. Du hast den Tür wieder zugemacht, du Arschloch. Ja. Schade, ich wollte sie eigentlich so schnell zumachen, dass du nicht mehr durchkönst. Geiler Arsch übrigens. Du weißt, danke. Hast du die Quest hier, die ihr den gemacht da hinten? Nico? Ja, es geht durch deinen Hintern durch, ne? Welcher Quest? Das ist ein Achievement. Bei was denn? Hinter dir. Die Leiter halben Weg runter. Das Borderlands-Zeichen anklicken hinten. Hallo? So, dann machen wir was? Und dann was machen? Einfach anklicken, aber hingehen und E drücken. Äh, komm da nicht drauf. Und weiter oben runterfallen lassen, wa? Ja, so in die Richtung. Das ist ein Scherz, der springt an die Leiter. Hält sich nicht fest. Fällt runter. Fällt runter. Warte, teleportier uns. Ich bin schon da. Sanctuary. Sanctuary. Was finde ich gerade die Frage? Wenn die Stadt in der Luft schwebt, wo gehen die ganzen Abwässer hin? Trägt nicht drüber dauert. Das läuft wie bei Minecraft, wenn du ein Spawner hinmachst. Das rieselt einfach ganz schön und langsam runter. Bis dann mal unten aus Versehen, bis es mal so ein paar Verstopfungen gibt, sodass man kurz warten muss. Und dann ist dann unglücklicherweise unten irgendein Typ, der sich fragt, was ist denn hier so dreckiges Zeug, ne? Und, ähm, boah, ich geb jetzt Moxi richtig Cash. Gib dir. Pam, 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 pam. Ja, gib her. Ja, ne? Kann ich denn nicht immer spenden einfach? Doch, kannst du. Ja, bei mir steht grad nix zum Spenden da, also ich kann nicht geben. Ja, ne? Wtf? Ganz voll zu grade. Okay, gut, ich würd sagen. Wir wollten mir auch grad ne Waffe geben, aber ist nix draus geworden. Ich hab nur eine einzige gekriegt. Ja. Eine ziemlich gute SMG. Ich weiß. Benugst die mal ne Weile, die ist ganz lustig, die hatte ich auch schon. So, 281.000 Cash. Und Teleport. Übrigens, ich hab immer noch die SMG ausgerüstet, die du mir mal geholt hast aus der Kiste. Wie zieht die? Nicht all zu viel, aber es ist relativ geil, weil die ne schnelle Feuerrate hat. Und relativ genau ist. Guck mal kurz die von Moxie, vielleicht kannst du die nehmen. Feuerrate von 9 ist nicht so schnell, ne? Die ist relativ schnell. Guck die dir mal an. Na, der Faden ist schlechter. Auch wenn die 70% Grid Chance hat. Den kann ich dir ja verkaufen. So, was müssen wir machen, zu dem Mongo hinten hin? Viecher töten. Bring den Skrack zur Strecke. 0 von 20. Mach mal hin, wir spawnen hier ein Auto. Ich hab noch fix die Ding geändert. Das Auto? Die Bewaffnung. Guck mal. Scheiß Gag ey. Fuck. So, das war jetzt eben der beste, die beste, ähm. Auch mal kurz. Übrigens, das hier ist das Gebiet, das wir letzte Runde gemacht haben. Wir mussten hier ein bisschen im Auto rumcruisen, unter anderem mit dem Auto die Pipeline heute sprengen. Ja, und haben da Spaß gehabt. Hier mussten wir den Pipeline mit da drüber heizen. Der Körper eines Gags, die Flügel eines Rags und die Wildheit von beiden. Ist okay, beeindruckend zu sein. Der fuck ist das für ein Vieh? Chill, ich baller einfach mal drauf, ne? Ja. Boah, das macht keinen Fun, Alter. Ich lauf einfach rum. So, Freunde. Na, wo seid ihr? Oh, da ist einer übrigens neben dir. Ich glaube nicht. Weg. Ich mach weiter mit dem Auto. Ja, ja, lass mich nur alleine. Was will dieser schwule Ingenieur hier, oder? Danke. Das ist ganz einfach, du wartest bis du auf dem Auto siehst und feuerst dann. Da laufen Ingenieure rum. Ich zieh den Stift, beste Ansage. Ingenieur Headshots. Äh. Ja? Das hat sich jetzt nicht so gut angehört. Da kam ein, zwei Ding runter. Eins. Wo sind sie? Oh fuck. Andere Seite. Oder? Alter, ich seh keinen... Lauf halt mal ein bisschen rum. Ja, mach ich. Müsst nur auf der anderen Seite sein. Ah, da hinten. Ja, ne? Scheiß ab, hier. Tontauben schießen, nennt man sowas, mein Lieben? Nur lebendige Tontauben. Die, die ich töten wollen. Also nix für Pussys und reiche Millionäre und so'n Scheiß, weil die... haben die Angewohnheit, die wollen ihr Geld nicht so schnell verlieren und deswegen macht sie selten gefährliche Scheiße. Außer sie werden alt, senil und wollen irgendwas Neues erleben. Am meisten Senil. Am meisten alt. Das nervt, ich treff die nicht. Ich sniper jetzt von hier oben einfach mal. Kann sein, dass ich bisschen mehr gekillt hab als du. Ja, weil ich treff... Ah. What the fuck? Ja, der macht einen Schaden. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Hoffe ich. Ich geh mal lieber runter, ne? Scheiße. Fein halten die drei Fässer aus. Hey, wär's möglich, dass du mich kurz wieder belebst?